Alexander Zverev hat die Hamburg European Open gewonnen. Zum ersten Mal nach Michael Stich 1993 konnte wieder ein Deutscher das Turnier gewinnen. Für den 26-Jährigen ist das der 20. ATP-Titel seiner Karriere. Erstmals nach seiner schweren Knöchelverletzung bei den French Open im vergangenen Jahr hatte Zverev wieder ein Finale erreicht. Im Endspiel des Traditionsturniers setzte sich der Olympiasieger am Sonntag vor 10.000 Zuschauern mit 7 zu 5 und 6 zu 3 gegen den Serben Laszlo Cere durch.